Hallo Leute, herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mitnehmen auf meinen Flug von Fehmarn nach Hamburg der A1 entlang. Wir sind jetzt hier gerade auf der dänischen Seite von der Vogelflug Linie, wo die Pferden hier unten links ankommen. Und wir fliegen jetzt über den Fehmarnsund nach Fehmarn rüber und starten hier das Video. Ja, das ist eins meiner ersten Videos, die ich jetzt hier produziere. Und wir nähern uns jetzt Deutschland an mit der Insel Fehmarn. Ich fliege nochmal ein Stück links hin, damit wir nach Puttgarden kommen. Ja, unsere Flughöhe ist 5400 Fuß. Wir fliegen ungefähr 250 Knoten. Das sind ungefähr 500 kmh. Ja, ich kann nochmal ein bisschen Stoff geben hier. Eigentlich können wir 400 kmh fliegen. 400 Knoten sind 800 kmh. Ja, jetzt haben wir die 300 Knoten erreicht. Wenn ich das Steuerrad loslasse, geht dann noch ein Stück nach unten. Ja, hier unten Puttgarden, der Fährhafen. Hinter uns ist Dänemark. Und wir erreichen jetzt die Insel Fehmarn. Ungefähr 4000 Fuß hoch. Das soll auch eigentlich unsere Flughöhe bleiben. Ja, hier unter uns links ist Burg auf Fehmarn. Und wir folgen der B207 zur Fehmarn-Sund-Brücke. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das Video was wird. Ja, hier unter uns rechts ist jetzt die Fehmarn-Sund-Brücke. Leider erkennt man hier noch nicht den richtigen Kleiderbügel. Die Bogen über die Fehmarn-Sund-Brücke. Ja, hier ist Rosenbode, wo wir gerade rüberfliegen. Und rechts kommt Heiligenhafen. Wir sind mittlerweile auf 5000 Fuß. Und sehen jetzt rechts den Grasbrook. Oh, Gras-Wader heißt ja nicht Grasbrook. Und hier fängt die A1 an. die uns quer durch Deutschland führt. Jemand in den westlichen Teil. Ja, rechts Heiligenhafen. Ja, der rote Hebel ist immer die Trimmung hier. Damit ich das Flugzeug waagerecht halte bzw. steige oder falle. Und das muss jedes Mal ein kleines Stückchen nachkorrigiert werden. Ich kenne bitte kein Profi-Friediger. Ich mache das jetzt die ersten Tage hier. und versuche das auch live gleich im Video zu besprechen, was ich hier auf dem Bildschirm sehe. Ja, hier unten links ist jetzt Oldenburg in Holstein. Hier macht die Autobahn auch einen ordentlichen Schlenker, den wir jetzt folgen. Und fliegen jetzt zu Lübiger Bucht hin. Sehen die schöne Ostsee. Ja, rechts unter uns ist jetzt Lensan. Ja, rechts unter uns ist jetzt Lensan. Links am Strand sozusagen ist jetzt Bröwitz. Und wir fliegen. Und wir fliegen. Weil da noch ein Neustart der Neustart. Ja, ich nehme mal eine Geschwindigkeit raus. Und ein bisschen weiter runter möchte jetzt in Neustart. Damit wir hinten nachher ein bisschen tiefer über den Hansapark fliegen. Ja, hier kommt jetzt Neustart. Hier unten ist diese kleine Brücke, wo sich alle drüber schlängeln müssen. Das Bundeswehrgelände, wo die ein paar Gebäude draufstehen. Der Marienestützpunkt. Und jetzt kommt hier der Hansapark auf der linken Seite, wo man das höhere Turmartige Gebäude sieht. Wir sind jetzt 1600 Fuß hoch. Und hier ist der Hansapark. Linke Seite. Man sieht aus dem Parkplatz. Und jetzt ist hier Sirksdorf. Jetzt kommt Haftkrug. Schaboyz. Und hinter Schaboyz sieht man noch ein bisschen Tindorf und die Hafen einfang von Linendorf. Der Wolfplatz von Tindorfer Strand. Der größere See, den wir jetzt auf der linken Seite sehen, ist der Himmelsdorfer See. Hier ist die Autobahnabfahrt. Tindorfer Strand beziehungsweise der Ratekau jetzt auch rechts von uns. Von links kommt die Trabe. Raus Trabenmünde und fließt jetzt Richtung Niemelt. Das Waldgebiet unter uns ist der Wiesebusch. Links geht die Autobahn nach Trabenmünde ab. Dann sieht man hier das Loop Center auf der linken Seite unten. Rechts ist Bad Schwartau mit dem Kurpark Teich. Unten links die Cherows Insel. Und dann kommen auch schon die Hafenanlagen von Lübeck auf der linken Seite sowie die Lübecker Altstadt Insel. Ja, wir sind 2800 Fuß hoch, fliegen mit 300 Nosen an 600 kmh. Rechte Seite ist Stöckelstorch. Links ist die Lübecker Innenstadt. Und wir fliegen immer noch über die A1 Richtung Hamburg. Ja, hier ist das Autobahnkreuz Lübeck. Die A20 bequert uns gerade. Rechts geht es nach Segeberg, links nach Wismar und Rostock. Auf der rechten Seite kommt jetzt Reinfeld. Auf der rechten Seite kommt jetzt Reinfeld. Unter uns ist jetzt die Trabe. Und fließt jetzt hier rechts weiter. Rechts ist jetzt Bad Oldesloe. Und wir fliegen weiter nach Hamburg. A20 befre ich fest. Rechts geht es. Einникennium Verbündermed. Schnellbug ist einnachroch. Weg in den Nachdenken. Weg in den Nachdenken. Glockenbremes. Glockenbremes. Augewand Kreuz Park der Heide jetzt hier, rechts GTA 21 nach Kiro. Augewand Kreuz Park der Heide. Groß Hansdorf jetzt hier. Augewand Kreuz Park der Heide. 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 Und die A1 biegt hier scharf links ab Richtung Bremen. Ja, ich würde sagen das war's für dieses erste Video. Im nächsten Video fliegen wir jetzt weiter über Hamburg und danach weiter nach Bremen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.